...würde? Wie steht meine Autorität gerade? Es könnte noch jemand leben. Das ist unmöglich, Commander. Niemand war in den anderen Kolonien. Sie waren komplett verletzt. Es wäre schön, jemanden zu finden. Alles ist besser als eine andere Ghost Town. So, und wir haben neue Waffen bekommen. Eine Schultflinte. Eine Maschinenpistole. Aber kein Sturmgewehr leider. Ach stimmt, ja, kann ich ja gar nicht. Ja, Frontkämpfer können das gar nicht. Und wir können mal gerade kurz... ...Sturmangriff. Ziehen, Schockwelle können wir noch nicht. Okay, gut. Das lassen wir auch erst mal so. Es sieht aus, dass alle einfach auf und weg sind, gerade im Mittwoch des Essen. Das ist so. Es ist verrückt. Keine Körper. Keine Strukturierung. Keine Begriffe. Keine Begriffe. Keine Begriffe. Begriffe. Schönen Sie das? Das klingt als Fenris-Mex. Höchstreich. Sicherheitssysteme wurden gegen die anderen Kolonien. So, ich habe noch Brandmunition drauf. Das ist gut zu wissen. Ach, ich kann... Ach, das ist... Ja, ich dachte, das wäre Zine, aber ich habe keinen Zine. Ich habe nur... Hast du den? Hostiles, zu dem right. Shoot them before they take out your shield. Those mechs shouldn't have been hostile. Sie sollten uns als Menschen kennenlernen. Jemand hat sie zurückprogrammiert, um auf der Seite zu attacken. Wir sind nicht alleine hier. Wir sind verletzt. Wir sind verletzt. Verletzt wurde. Verletzt wurde. Stopp da! Prasa, du sagst du, dass ich das mache. Wait, Shepard? Ich werde keine Chance mit Cerberus operativen. Lass diese Weapons runter! Shepard? Ist das... ... du bist hier? Erinnerst du, als ich dir das Geth-Data-Talys gab? Hat es dir geholfen, deine Pilgerung zu ermöglichen? Ja, es hat es. Prasa, Weapons runter. Das ist definitiv Commander Shepard. Warum arbeitet dein alter Commander für Cerberus? Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir fragen. Cerberus habe ich geholfen, aber ich bin nicht unterhalten. Wir können uns überlegen, was ich wissen, warum du hier bist. Ein unserer Leute war hier auf Pilgrimage. Sein Name war Vitor. Wir kamen, ihn zu finden. Ist das ein bisschen verrückt? Ein Quarion besitzt eine klinische Kolonie? Quarion kann man wählen, wo sie auf Pilgrimage gehen können. Vitor ließ die Idee, um einen kleinen Settlement zu helfen. Er war immer nervös, in crowds. Sie bedeutet, dass er nicht stabil war. Er hat das mit Zutzi-O2-Scrubbers und einer Infektion von einer Open-Air-Exposure. Und er ist sicherlich delirisch. Als er uns landet, sah er sich in einem Schwerhaus auf der farben Seite der Stadt. Wir sollten zusammenarbeiten. Vitor ist der einzige, der uns sagen kann, was hier passiert ist. Wir sollten zusammen arbeiten, um ihn zu finden. Eine gute Idee. Du brauchst zwei Teams, um die Dronen zu gehen. Jetzt arbeiten wir mit Cerberus? Nein, Praza. Du arbeitest für mich. Wenn du keine Ordnungen folgst, warte auf dem Schwerhaus. Geh für das Schwerhaus durch das Zentrum der Kolonie. Wir werden um die Dronen zu entfernen, um die Dronen zu entfernen, um einen Weg zu entfernen. Das ist ein Plan. Er hat sich sicher, dass du in der Radio-Kontakt. Wir machen es. Glückwunsch, Shepard. Whatever passiert. Es ist gut, dass wir zurückkommen sind. Geh für dich, Shepard. Es gibt ein Schwerhaus von Dronen zu entfernen. Danke für die Warnung. Wir machen sie. Schwerhaus von Dronen zu entfernen. Wir haben uns gespottet. Ups. Hier ist ein Schwerhaus von Dronen zu entfernen. Ja, durch Schwerhaus kann man jetzt natürlich nicht mehr gehackt werden. Geh für die Überlastung. Ich habe keine Überlastung, die hat nur Miranda. nach derren. Hurt! Mbra! Schwerhaus von Dronen! W터? Waffe. Ups. Waffe. 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 Wir sollten das erwartet. Los geht's. Ah. Mit Beauty geht leider nicht so viel, wenn das Ding still da hat. Sie wollten zu Vito erst. Get your squad in to cover and I'll open the Loading Bay doors. Wir nehmen die Tür. Shepard, Sie nehmen Point. Heading to cover! Die Mech hat heavy Armour plated. Die Quarriens nie standen für eine Chance. Das wird ein schweres Son-of-Bisch sein sein. Okay, Miranda. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ich wollte eigentlich kein Ding benutzen, aber gut. Das ist nicht schlimm. Wir können das benutzen. Monster kommen zurück. Mech will protect. Sicher von Swarms. Wir müssen uns schlafen. Keine Monster. Keine Swarms. Nein, nein, nein. Vitor? Nein, Vitor. Nicht hier. Swarms können wir nicht finden. Monster kommen. Sie müssen uns schlafen. Sie müssen uns schlafen. Sie müssen uns schlafen. Niemand wird dich mehr schlafen. Ich glaube, er kann dich nicht hören, Commander. Sie müssen uns schlafen. Sie müssen uns schlafen. Sie müssen uns schlafen. tatsächlich schwierig, 흰 glückte樣 zu schlafen. Mech will uns schlafen. Da vorne linken sich weg und schon liegen场. Was ist mit ihm geh gained? Besonders für uns. Sie haben uns nicht gefunden. Die Monster. Die Swarms. Sie waren alle dient. S gobierno geh centres. Sie haben alle abgeru Seg真的 CNSG. Was ist ein Kollektor? Warum hat es dich nicht erwischt? Was ist ein Kollektor? Was ist ein Kollektor? Was ist ein Kollektor? Was ist ein Kollektor? Prasa war ein Idiot und er und seine Männer haben es bezahlt. Du bist willkommen, Vitors Omni-Tool-Data zu nehmen, aber bitte, lass mich ihn einfach nehmen! Sie sollten mitkommen, Tali. Sie sollten mitkommen, Tali. Vitor geht mit Tali. Er ist traumatisiert, und er braucht medical care. Tali will give us the Omni-Tool-Data and take him to the Flotilla. Und er hat sich nicht mitkommen, Tali. Entschuldigung, Commander. Good work on freedom's progress. The Chlorians forwarded their findings from Vitors debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. Es hilft, Freunde zu haben. Sie wirken nicht überrascht. Warum? Warum habe ich die Gefühl, dass du schon über sie kennengelernt hast? Ich hatte meine Begriffe, aber ich brauchte die Begriffe. Die Kollektoren sind enigmatisch, am besten. Sie verabschieden zu den Terminus-Systemen, nachdem sie zu holen, die nicht wichtigsten oder Spezienen zu holen, meistens in der Handlung für ihre Technologie. Wenn ihre Transaktionen complete sind, sie so schnell wie sie kommen, nach dem Unmappet Omega-4-Relay. Bis jetzt hatten wir keine Begriffe von direkten Aggressionen von den Kollektoren. Was ist das Omega-4-Portal? Warum ist das Omega-4-Relay unmappet? Was wissen wir darüber? Nur, dass kein Schiff über sie über sie zurückgekehrt wird. Unsere bessere Begriffe ist, dass das Relay anders reagiert zu Kollektoren, um ihnen sicherer Passage zu geben. Wenn sie die Relay manipulieren können, ist das nur mehr Begriffe von der Verbindung mit den Reapers. Was bekommen die Kollektoren von diesen Begriffe? Die Kollektoren sind nicht sehr gut mit ihren Motiven. Generellt, sie suchen Spezienen mit rareen Genetischen Mutations oder Abnormalities. Sie bezahlen die Slavers und Merck-Gruppen exorbitant sums um diese Spezienen zu erhalten. Und dann gehen sie. Aber sie haben noch nie eine einzelne Spezienes vorgelegt. Und die vorherigen Sample-Size waren in den Dozens, nicht in den Tens und Tausend. Die Kollektoren sind definitiv ein Mensch, aber wie wissen wir, dass es eine Verbindung zu den Reapers ist? Das kann ich aber nicht allein tun. Ich hatte schon ein gutes Team. Das war zwei Jahre her, Commander. Die meisten von ihnen haben sich weitergelegt, oder ihre Begriffe haben verändert. Wo ist Geras Vakari? Der Turian verabschiede ein paar Monate, nachdem du dich wurde verabschiedet worden. Auch wir haben ihn nicht geschafft. Wo ist Erdnach Rex? Er ist zurück in Tuchanka, und er hat nicht aus der Welt in ein Jahr. Er versucht, die Krohgan-Klanz. Wo ist Erdnach Rex? Er ist zurück in Tuchanka, und er hat nicht aus der Welt. Wo ist Caden Olenko? Er ist noch mit der Allianz. Promotiert, glaube ich. Seine File ist unglaublich gut klassifiziert. Wo ist Liara Sassoni? Sie ist auf Ilium. Meine Begriffe sagen, dass sie für den Shadow Broker arbeitet. Wenn so, dann kann sie nicht vertraut werden. Okay, ich verstehe. Sie sind nicht bereit. Du bist ein Lied, Shepard. Du bekommst, wer du brauchst. Ich bin noch ein Spektor. Vielleicht kann ich den Kanzler, um uns zu helfen. Wenn du denkst, dass du sie auf alle Weise verabschieden kannst, Nur erinnern, du bist lange weg. Dinge haben geändert. Du beschäftigst über die Collectoren. Ich werde sicher, dass mein Team bereit ist. Gut. Zwei Dinge bevor du gehst. Erstens, head nach Omega und find Morden Solas. Er ist ein brillant Schelerian scientist. Unsere Intelligenz sagt, dass er vielleicht weiß, wie die Collectoren verabschieden, die Seekerswärme verabschieden. Das ist gut. Was noch? Ich habe einen Pilot ich denke, du möchtest. Ich sehe, er ist einer der besten. jemanden, du möchtest. Hey, Commander! Just like old times, huh? Ich kann nicht glauben, dass du bist, Joker. Look, der spricht. Ich habe dich verabschiedet. Ich habe Glück, mit vielen Streams entstanden.